Was geht ab, Freunde? Ich und Abdallah gucken uns heute TikToks an und am Ende, das habe ich dir noch nicht gesagt, gucken wir uns noch die TikToks an, die du geliked hast. Du musst leaken. Du darfst nichts ändern. Nein, 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 du darfst nichts ändern. Du hattest doch vorher? Nein, du darfst nichts ändern. Auf meinem Account? Ja, du zeigst die TikToks, die du geliked hast auf deinem Account. Ey, guck mal, ne? Du musst, du musst. Das ist wie eine Kontrolle. Ist so. Aber erstmal gucken wir normale. Chill, chill. Ess erstmal aber in Ruhe. Ey, ey. Bruder, was likest du denn? Nein, nein, nein. Also nein, nein, guck mal. Es ist okay, ne? Es ist okay, aber es kann... Doch, du musst, du musst. Okay, wir gehen rein. Ey, yo. Ey, yo. Ey, warte mal. Ey, warte mal, lass mal gucken, warte. Ey, warum wollte er? Er wollte! Nein, Messi wollte... Auf Wange, auf Wange. Das ist normal im Spanischen. Messi wollte Mund küssen. Na und? Was daran schlimm? Ronaldo wollte nicht. Was denn daran schlimm? Was denn daran schlimm? Was denn? Woran? Was denn daran schlimm, wenn man Mund küssen will? Weil er verheiratet ist. Ah, ho. Ja, er ist verheiratet. Ich finde das nicht fair gegenüber seiner Frau. Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist das für Kommentare, bro? Ey, yo. Das ist unglaublich. Oh mein Gott, warte, was? Aiden Ross giftet das Longtime-Mod ein BMW. Er hat ihm ein BMW geschenkt. Warte mal! Einer meiner Mots hat das geliked. Jungen, hat einer von euch Hoffnung, dass er auch ein BMW bekommt? Junge! Ein M4 auch noch. Guck mal, was David schreibt. Immerhin, Watto-Rabatt. Hey, immerhin. Chat, ich bin auch nicht Aiden Ross, dass ich einen Kick-Deal bekommen habe. Ein Audi würde reichen, als wäre Audi scheiße, digga. I don't fucking go with you. Alright, just look. Alright. You don't got a guess. Fuck it. I'll tell you what. Everyone's got a birthday citrus in the chat. BMW M4, bro. Nein, einer hat in den Chat geschrieben, ein Audi würde reichen. Hat in den Chat geschrieben. Als wäre Audi schlechter, Bruder. RS. Ist die Audi-Reihe. Hast du noch mit dem Auto zu trinken, Bruder? Was Süßes vielleicht? Ja, cool aus ihm. Da, hier. Hast du noch, kannst du mir gehen? Hast du schon mal Auto auf Tisch stellen, wenigstens? Das sieht man dann, glaube ich, in der Cam, oder? Zeig mal das Auto. Ich denke, du solltest es einfach... Pull das, pull das, pull das. Du musst ein bisschen zur Seite, damit ich... Nee. Zeig her. Oha, wie laut schmackst du! Oha! Oha! What the fuck? Oha! Ey, bruder, was ist dein Auto? Digga, das ist geil als meins. So geil als meins. What the fuck? Nah, I fucking love you, bro. I love you too, man. I love you too. Happy birthday, bro. It's your first car, dude. You just got your... Why is that the license plate? 69, what the fuck? Wie kostet das? Weiß das einer im Chat? Wie kostet das ungefähr? Minus ist 100k. Jahrhundert? Ich hab keine Ahnung. Ich mach wenigstens, weswegen weiß ich nicht. Ich weiß das. Danke, ich gehe an. Nein, ich gehe an. Also die Noa Siebe hat einen fetten Schwanz, aber der ist der erste Kind, ne? Das hab ich gerade gesehen. So. Haha, krass. Ey, du hast es gerade gehört? Ey, du hast es gehört, worüber die geredet haben? Nein? Hör mal zu! Wer geht auf ein Fußballspiel und denkt sich, der hat einen großen Schwanz? Also vielleicht hat der auch einen, aber was ist das denn, was ist das für ein Thema? Was ist das für ein Thema? Ey, ich hab keine Ahnung. Ich dachte, irgendwas im Spiel passiert. Nee, ich dachte auch. Also was ich herausgefunden habe, der kann Schatten löschen. Zum Beispiel hier. Was? Wenn du drauf gehst. Ey, wo war das vorher? Mein Gott. Mach nicht so. Ja, wie soll ich machen? Ey, sag zu seinem Handy, mach nicht so. Bei dem redet der? Jetzt? Oh, Magie macht jetzt Magie. Was wird jetzt passieren? Er sagst du, ey, Magie? Wir gucken mal einfach. Mai, oh, Mai. Was macht er da jetzt? Gerade eben konnte er Deutsch auf einmal sagen, der Mai, oh, Mai. Was heißt Mai, oh, Mai? Heute noch. Im Süden. Ja, und jetzt? Mai, oh, Mai. Okay. Ach so, der dreht halt nur das, also, original, original. Was ist das für ein Video? Okay, alles klar. Hä? Ich hab mir grad geguckt. Was hast du überhaupt für ein Handy? Xiaomi? Keine Ahnung. Und du weißt, früher hatte ich ein Huawei. Huawei, ja. Wurde einfach ausgelacht dafür. Weißt du warum? Die Jungs meinten, ey, lass mal ein Foto machen. Ich klicke auf Foto, aber nichts passiert. Mein Handy ist so um 20 Sekunden in Freeze Mode. Und dann ist das Foto gekommen. Und es hat einfach direkt ein Foto gemacht, ohne dass du was gedrückt habt. Ey, yo. Und dann sind alle ausgerastet. Ey, yo. Ich fand das nicht so lustig. Ey, yo. Weißt du, was mein erstes Handy war? Mein erstes Smartphone? Ach, das war nicht mein erstes Smartphone, aber erzähl. Mein erstes Smartphone war ein Samsung Galaxy Young. Kenn ich. Das hat 100 Euro gekostet. Da war ich 11 oder so. Ich hab mich übel gefreut. Ich hab mich übel gefreut, weil es ihr halbtisch war. Mein erstes war mit 8. Mhm. Samsung SGH F480. Ich weiß noch ganz genau die Modellnummer. Ich zeig's dir. Guck's dir an. Das hier war mein erstes Handy. Samsung SGH F400. Da. Sorry. Das hier. Ich kenn das Handy. Ich kenn das Handy. Das da, ne? Ja, ich kenn das Handy. Das war mein erstes Handy. Krass. Ich fand das cool. Digga, das war damals so cool. Ich schwör war cool. Ernsthaft? Also das werden jetzt die Jungen jetzt nicht verstehe. Ich schwör war cool. Ja, das war damals so cool. Es ist rausgekommen. Du kannst jetzt einfach dem AI Roboter sagen, ey, ich möchte ein Video generiert über einen Mann, der im Bus sitzt, leicht beleuchtet wird von der Seite und er macht das alles. Digga. Nein, nein, nein. Das ist zu weit, Bruder. Weißt du warum? Das ist zu weit. Kreativität komplett tot. Filmindustrie komplett tot. Leute werden einfach nur noch AI benutzen. Und darüber Filme produzieren meinst du? Und irgendwann mal AI macht einfach selber Filme und so und alle verlieren ihren Job, den kreativen Job haben. Irgendwann sagst du zu AI, mach einen richtig geilen Stream. Nein. Und AI zeigt dir einen Streamer, der richtig geil streamt und wir brauchen nicht mehr arbeiten. Nein, nein. Kann sein. Nein, doch, kann sein. Als ob jemand, ein normaler Mensch, ein AI, weißer im Hinterkopf, das ist kein echter Mensch bevor... Weiß er noch nicht. Weiß er noch nicht. So gut wie das jetzt ist? Wollte er das wissen? Ey, Bruder, das ist richtig abgefuckt, ne? Vielleicht sind wir auch AI-Teil. Was aber krass ist, wie krass werden Phantombilder in der Zukunft sein. Ey, der, der mich geschlagen hat, sah so und so aus. Du sagst AI, du änderst alles perfekt. Zack. Und so sah der aus. Oder du hast eine Erinnerung. Meine Erinnerung war so und so, ich hab das und das erlebt. Ey, AI, pack dir einfach, wie es aussah. Für Beispiele mich und da so und so und so. Du sagst ja so, aber es war noch ein bisschen so. Ja. Und meine Mutter sah noch ein bisschen jünger aus zu der Zeit. Und hier und da. Ey, AI, zeig dir einfach einen Film von deiner Kindheit. Boah, du hast recht... Ich schwöre auf alles. Es geht ja hundertprozentig, es geht mittelöffent. Jetzt schon safe. Irgendwo. Ey, Bruder, die Welt ist durch. Das ist richtig abgefuckt, ne? Mhm. Weil Bruder... Also guck mal, ich weiß nicht, wie die das in der Politik machen wollen, aber... Boah, aber du kannst alles faken, du kannst alles lügen, du kannst alles... Auch so wegen Krieg und so kannst du richtig viele Sachen, Fake-Videos... Aber, Digga, Bruder, was macht denn die Regierung, Digga? Die müssen da sowas doch verbieten oder nicht? Oder minimieren? Deswegen ist so ein... Ein Gesetz machen, wo du sagst, okay, ihr dürft so und so weit, mach aber nicht zu viel. Das Ding ist, wie soll man das ja minimieren, Digga? Wie willst du einen Grund dafür senden, dass... Keine Ahnung. Es regnet, gleich kommt Abi von der Schule raus. Papa, sag mal Lampe. Warum? Du bist eine Lampe. Ich hab noch keine Lampe gesagt, aber wo hast du die Wörter her, ey? Er hat ehrlich nicht mal gewartet. Ehrlich gewartet? Warum hat er gesagt? Er hat aber nicht mal gewartet. Ist das krass. Ey, doch nochmal bitte kurz. Es regnet, gleich kommt Abi von der Schule raus. Papa, sag mal Lampe. Warum? Du bist eine Lampe! Das Ding hat STH nicht mal ausgesprochen. Er hat alles mit der Hände gesäuert. Er hat einfach statt gesch- Gesagt. Aber jeder hatte so irgendjemanden, ne? In der Grundschule, der einfach gesagt hat. Ihr braucht... Ihr braucht was Neues? Dann lasst mich euch vorstellen. Das ultimative Horror Mod Pack. 222 Mods, die alle dazu beitragen, Minecraft so gruselig zu machen, wie nun möglich. Schack, 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 schack. Ich werd mir das runterladen. Ich werd mir das runterladen. Ist gespeichert. Oh, Digga, ich hab alles abbekommen. Mhm. Oh, Digga. Ich wollt's wegschieben, Digga. Das hat's noch schlimmer gemacht. Ist das krass. Bruder, warum so laut schmatzen? Ja, bitte. Hört es, hört es, hört es. Ja, ist mir scheißegal, Bruder. Es schmatzt trotzdem laut. Ich bin Rapper. Natürlich zahl ich nicht für Beats. Das heißt Krabben. Der Krapfen. Das heißt Berliner. Berliner? Seid mal leise, Digga. Das heißt Berliner? Berliner. Berliner, ja. Das heißt einfach Pfannkuchen. Wir stapeln das jetzt. Wir haben hier zig Berliner. Verschiedene Arten. Er sagt selber Berliner. Und wir werden das Ganze aufessen wie ein Bär. Das muss auf jeden Fall alles halten. Hä? Das darf nicht zusammenfallen. So, Digga. Das ist einer. Es hat nicht geklappt. Hätte es einfach direkt zu einem Ball machen können. Yey. Spaß. Geiler Spaß. Eine Frage kurz zur Pause. Welcher geisteskranke Mensch sagt zu Berliner Pfannkuchen? Ich schwöre, in Leipzig stand da Pfannkuchen. Nein, nein. Probleme Bruder. In meinen Augen, ihr braucht einen Psychiater. Ich sag dir wie es läuft. Ich sag dir wie es läuft. Guck mal. Guck mal. Das läuft so. Es gibt einen Menschen, der sagt, hey das heißt so. Okay? Wie zum Beispiel bei einer Dönerbox. Sie heißt Dönerbox. Bruder, du kommst doch aus NRW, oder? Ja. Ich komm aus Hessen. Ich sag, oh Dönerbox. Wer sagt denn Pommendöner? Jetzt kommts Bruder. Dann gibt es halt einfach Gegenden, wo die ersten Zuwanderer sagen, hey, wir nennen das Gulaschkanister. Nein, nein. Das gibt's nicht. Doch. Nein. Das gibt's. Guck mal, bei allerliebe Pommendöner kann ich ein bisschen nachvollziehen. Die schreiben Fleischeimer in meinen Chat rein. Gulaschkanister schreiben die rein. Osmanische Eimerbox oder so. Der Türken Eimer. Das steht auf einer Speisekarte so drauf? Nein, das steht einfach auf der, ja ja, Speisekarte aber oben. Die haben ja keine Speisekarten. Nein, nein. Ich will davon ein Bild haben. Ich will von diesem Ding ein Bild sehen in meinem Leben, weil ich glaub das nicht. Der Türken Eimer. Ich glaub das nicht. Jimmy hört auf, sowas zu schreiben, Jimmy. Infkowori, danke für deinen zweiten. Dankeschön, Infkowori. Hä? Ich zeig dir jetzt ein paar TikToks, die ich geliked hab und dann gehen wir rüber zu deinem Account. Kann man keine Stink-Soße haben? Das ist keine Soße, du meinst Creme. Dipp? Creme? Ja. Dipp? Nein, du hast recht. Muss aufgeben. Kannst du's wegbringen? Was denn? Ja, kann ich machen. Ich zeig kurz ein paar von meinen TikToks und dann musst du gleich deine zeigen. Du darfst nichts entliken, ne? Wo ist dein Handy? Das bleibt hier. Das bleibt hier. Dicker. Du darfst nichts entliken. Ey, yo, Bruder. Das ist ey. Es muss real bleiben, Chat. Aber ich kann auch wenigstens Ding machen. Ding. Ding. Chat, sollen wir extra für... Wir liken jetzt extra respektlose Sachen. Und er soll denken, wir haben das geliked, aber ich like das ja gar nicht. ... Digge, er wird so Augen machen. Ich habe das natürlich nicht geliked, ich habe es nur geliked für Abdallah. Ey, Bruder, guck mal, nein. NEIN, Digge, das ist... Ey, Bruder, hast du geliked? Warte, warte. Nein, nein. Du hast geliked, Bruder. Boa merkst du, dass du... Eigentlich nicht. Wie, hat noch jemand den Account? Außer du? Ja, meine Moz. Nein, Lüge! Keiner der Moz hat den Hauptaccount auf TikTok. Keiner. Okay, wir gucken, wir gehen rein. Nein, nein, Pause. Das hab ich nicht. Das hab ich nicht geliked. Warum hast du das geliked? Ich will nur kurz eine Erklärung haben. Eine einfache Erklärung, bitte. Normale Erklärung. Warum hast du das geliked? Da kommt noch was. Da kommt noch was. Mach weiter. Weil Rock Lee einfach das Essen klaut von Sasuke. Denkst du? Ah, so, so. Ah. Okay, ja, das war's. Okay, warum hast du geliked? Das ist meine Cousine. Wieso? Seine Cousine? Ja, normales TikTok. Deine Cousine? Ja. Wo lebt sie? Eierhahn. Darf ich kurz hier drauf gehen gucken? Nein. Weil sonst sind da ein paar private Sachen auch, weißt du. Okay. Pyjamas. Pyjamas. Pyjamas, Pyjamas, Pyjamas. Frauen Pyjamas. Geschenk. Für? Meine Englischlehrerin von damals. Digga, es ging mir nur um die Pyjamas. Woran denkst du? All the way up. All you have to do is turn the knob all the way up. And the window comes down to about this point. Wow. And the window comes down to about this point. The window comes down to about this point. Even with it like this, I can already start to feel the cool air start to come into. But if you want to completely... Haben die das nicht? Nein. In Amerika? Die haben gar keine, äh, Handel. Die können gar nichts ziehen beim Fenster. Das einfach nur, damit man rausgucken kann bei denen. Nein. Das ist einfach nur eine Glasscheibe. Das ist einfach nur eine Glasscheibe bei dir. Ey, du musst das da ein für Amerika, das Millionär. Ja. Das machen. Ich glaube, wir machen es eh nicht, oder? Guck mal, das wird noch krasser. Die Rassen gleich aus. Die Rassen. Die Rassen. Die Rassen. Die Rassen. Die Rassen. Nein. Die Rassen. 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 Überlegst du den komisch? Wusstest du, dass er der meistgesuppte Dings ist? Ich habe noch nie von ihm im Stream gesehen, aber Krips, er ist der meistgesuppte Streamer. Auf der Welt? Ja. Nee, wusste ich nicht. Darf ich den Rest haben? Ja. Ja, ich schwöre. Der hatte gestern 200k Viewer mit KSO. Das ist so ein anderer Streamer, der roten Bart hat. Aber bevor wir anfangen, Chat. Heute ist mein Vater zu mir gekommen. Es war 17 Uhr, mein Vater kommt zu mir nach Hause und er hat gesagt, das geht zu lang, zwei Minuten. Das hat mein Vater respektiert.